Tanju Öztöck ist ein deutscher Fußballspieler. Er spielt für die zweite Mannschaft des FC Schalke 04. Seine bevorzugte Position ist das defensive Mittelfeld. Karriere Nach verschiedenen nordrhein-westfälischen Jugendvereinen schloss sich Öztöck 2006 der U19-Mannschaft des MSV Duisburg an. Hier spielte er zwei Jahre, bis er in die zweite Mannschaft aufrückte und Stammspieler wurde. Seinen ersten Einsatz in der zweite Bundesliga für den MSV bestritt Öztöck am 18. März 2012 beim 2-1-Heimsieg gegen den VfL Bochum, indem er in der 88. Minute für Mauritius' Ex-Lager eingewechselt wurde. Insgesamt kam er noch auf acht Saisoneinsätze in der zweiten Liga. Zur Spielzeit 2012-13 rückte er fest in den Duisburger Profikader auf. Im Januar 2015 verließ Öztöck den MSV Duisburg und wechselte zum FC Schalke 04, mit dessen zweiter Mannschaft, der in der Regionalliga West spielt.